Hallo Jörg Vohrmann hier, unterwegs. Ein kurzes Impulsvideo zum Thema der Phänomenologie. Warum ist phänomenologische Betrachtungsweise so wichtig? Und da können wir sehr viel lernen, natürlich von der phänomenologischen Betrachtungsweise in der Philosophie, als auch natürlich von der Gestalt Psychologie. Und natürlich auch der Gestalt Therapie, die ja wesentliche Elemente aus der Gestalt Psychologie als Grundlage genommen hat, beziehungsweise auch ein Stück weit auf dieser Wahrnehmungspsychologie aufbaut. Bedeutungszuweisen oder Interpretieren uns dabei hindert, die Erfahrung, das Ereignis X voll und ganz zu erleben. Das ist ja auch logisch, denn diese Bedeutungszuweisung, die führt natürlich automatisch dazu, dass das in irgendwelche Cluster gepackt wird, einkategorisiert wird. Und wenn das eine sehr ungünstige Kategorie ist, in der sich das befindet, dann wird das möglicherweise auch komplett dissoziiert, also rausgepackt aus der Wahrnehmung, abgespalten und ist vielleicht auch gar nicht mehr zugänglich. Das heißt also, ja, oder es wird eben, man identifiziert sich damit, überidentifiziert sich damit und ist sofort in diesen Bedeutungszuschreibungen nachher verfangen, mit denen irgendwie schon verheiratet. Das passiert ja in so spirituell-esoterischen Gruppen auch sehr schnell, dass für diese ganzen Phänomene, die es dann so gibt mit bestimmten Techniken, ob das jetzt Hypnose ist oder was weiß ich, irgendwelche Praktiken sind, Trance-Erfahrungen oder auch Atemtechniken, Meditation natürlich, da passiert das auch an Dauern, dass da irgendwas mal draufgestülpt wird und die Leute sich dann damit überidentifizieren und nachher in so eine, ja, narzisstische Selbstüberhöhung kommen können. Ich habe das in so Gruppen ein paar Mal erlebt, wo die Leute sich dann schon wirklich teilweise für irgendwie so spirituelle Superhelden hielten und identifiziert waren mit irgendwelchen Größen-Selbstanteilen. Menschen, das gibt es ja in Psychiatrien dann auch immer, da ist ja auch immer einer irgendwie dann Jesus oder Napoleon oder einer ist die Monroe, so irgendwie und ja, in so eine Richtung geht das manchmal auch in solchen Gruppen und die Erfahrung, die damit vielleicht ursprünglich mal einhergingen, die ist gar nicht voll irgendwie überhaupt zu Geltung gekommen oder gar nicht integriert. Da ist einfach so eine Art Abziehbild draus entstanden und das hat sich jetzt ein möglicherweise defizitäres Ego dann auf die Fahne geklebt und das hilft ja dann nicht wirklich. Also eher das Gegenteil, das macht es dann meistens schlimmer, ist dann aber auch richtig. Also das ist ja wieder das Paradoxe, dass das dann auch wahrscheinlich die richtige Erfahrung ist und ich glaube auch, dass jeder den für sich richtigen Coach, Therapeuten, spirituellen Lehrer oder Trainer oder was auch immer findet, da bin ich ganz sicher, dass das so ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt natürlich immer. Ja und vielleicht kannst du mal übergehen, egal was du machst, egal in was von der Profession du dich bewegst, dass du diese Bedeutungsgebungen ein Stück weit zurückschraubst. Das ist für Analytiker natürlich sehr schwierig, weil die ja natürlich auf diesem Konzept arbeiten, also weil das deren Basis ist. Das war ja damals, was Fritz Pölz auch kritisiert hat stark. Ja, aber du kannst natürlich auch mal schauen, wenn du jetzt nicht Therapeut bist oder so, wie du das auch selber machst, weil das machen wir ja alle. Wir können ja gar nicht nicht Bedeutung geben und wir können nicht nicht interpretieren. Also das geht ja im Grunde gar nicht, aber wir könnten bewusst sein darüber, wie wir interpretieren, wie wir das machen, wann, wo und mit wem und so weiter. Und da kommen natürlich häufig auch so spezielle Strukturen bei raus, die wir dann möglicherweise bewusst mal erleben können. Und da wäre das auch wieder ganz spannend, das wirklich ganz bewusst zu machen, um es dann voll erleben zu können. Also, in diesem Sinne, ein wenig weniger Bedeutungszuschreibung und ein wenig mehr erleben, wünscht Jörg Fuhrmann. Ciao.